Musik Okay, let's go Tja moin, Apo ist auf trocken am Start Nein, Spaß Tja moin, heute XBK Newgis Media Back am Start Und herzlich willkommen Zu unserer neuen Serie Episode Number One Ich habe ja schon angekündigt XBK Bubbles und ich machen eine neue Serie Wir werden heute über den Apokalypto Red reden Und ja, Bubbles ist auch dabei Was geht YouTube? Mein Name ist XBK Bubbles Und willkommen zu der neuen Serie Wie Newgis schon angekündigt hat Das ist Part 1 Beziehungsweise der Teil 1 von den Teilen Die wir jetzt machen werden Für einen YouTuber Apokalypto Red ist heute dran Und dann gebe ich das Wort mal wieder weiter an Newg Ja, wir machen die Episoden Jeweils mit Facecam Also ich weiß nicht Ich werde wahrscheinlich meine Facecam Rechts sein und Bubbles seine links Also damit ihr beide Facecam haben Oh ja, wir werden heute über Apokalypto Red reden Also wir fangen erstmal mit den positiven Sachen an Also der Apokalypto Red Ja, würde ich auch sagen Ja, der Apokalypto Red ist meiner Meinung nach ein sehr ehrlicher Typ Also keine Ahnung, er redet immer ehrlich Er sagt nie lügen oder er ist keine Fame-Hure Oder dem seine Videos sind allgemein immer sehr, sehr gut Also zum Beispiel Biete Abos, bin ich sehr geil Ähm, was gibt's noch Ähm Apokalypto Red beim Chatroulette oder so Also er macht sehr, sehr viel auf YouTube Also er macht nicht nur COD-Gameplays COD-Commentaries So Ähm, er macht auch über sein Real-Life-Leben was Also zum Beispiel Chatroulette oder Äh, was gibt's noch Babis Ähm Was gibt's noch Er macht ja, hat ja auch ein Gewinnspiel gemacht Was ich eigentlich auch ganz gut fand Da mit diesem Kleinen Ich weiß gar nicht, was es war Ich glaube Commentary Contest, ne Das fand ich auch ziemlich gut Oder Ähm, halt dieses Movement, was er auch hat Also es ist echt gigantisch Wenn er wirklich mit keinem Scuff-Controller spielt Äh, auf jeden Fall mega geil von ihm Ähm, und ich finde auch wirklich Dass er ein ehrlicher Mensch ist Dass er wirklich seine Meinung sagt Und seine Art gefällt mir eigentlich auch Was er auch immer empfiehlt Halt für Sachen in Videos oder Halt, er hat einen hohen Gameplay-Standard Was ich auch ziemlich gut finde Weil es gibt ja wirklich viele YouTuber Die zum Beispiel Vielleicht ein Zwei Videos im Monat bringen Was ich dann nicht so Interessant finde Genauso wie mit manch anderen YouTuber Macht er das auch ziemlich gut Dass, ähm, halt Er feste Tage für diese Ähm Commentaries hat Ja, du meinst damit, ähm Er hat mit der Regel Upload-Bahn Genau Ja, also, ähm Muss man ja auch haben Wenn man 100.000 Abonnenten Einmal hat Also ApoRed Wenn du dieses Video siehst Was ich wahrscheinlich nicht glaube Ähm, dann nochmal Herzlichen Glückwunsch An deine 100.000 Abonnenten Also du hast es echt verdient Ähm Ja, von mir auch Auf jeden Fall Du bist Ich weiß nicht ApoClipped Red Upload ist einfach Eigentlich sonst Von mir soweit Ja Ähm Ja, jetzt Jetzt kommen wir einmal Zu den negativen Sachen Und zwar Ich habe die ganze Zeit überlegt Aber Es gibt fast gar keinen Ähm Negativen Punkt Was ApoClipped Red Anbetrifft Also Einen Punkt habe ich Aber der ist mir gerade Nämlich eingefallen Und zwar Was ich wirklich nicht gut Von ihm fand Bei diesem Brief Ich habe ja auch ein Video Ähm Auf meinem Kanal Achso Das stimmt, ja Zu Allotricks Hochgeladen Dass er ihn wirklich So als Pilophil Bezeichnet hat Weil das ist echt Eine fiese Unterstellung Und das war vielleicht Jetzt die eine Sache Die ich mal nicht gut fand Von ihm Aber sonst habe ich Eigentlich auch nichts Weiter zu bemängeln An ihm Ja, das Das fand ich natürlich Auch sehr sehr Ähm Schlecht von ihm Ihn als Pilophil Zu bezeichnen Weil Ich finde Ähm 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 Also Das Thema Reden wir Über einen Anders Also Es werden noch Viele Ähm YouTuber Kommen Über den Wir reden Über den Wir reden Und ja Ich fand das Auch nicht Toll von ihm Dass er ihn So als Pädophil Bezeichnet hat Ich Ähm Ich finde Allgemein Der Beef Auf YouTube Ähm Muss nicht sein Also YouTube Ist ein YouTube Ist eine Internetseite Da wo Leute Commentaries Machen Und so Die Leute Wollen euch Unterhalten Und jetzt Und dann Kamen Letzte Zeit Was weiß ich 3-4 Videos Über den Beef Zwischen Apokalypto Royale Und Elegix Also Ich Meiner Meinung nach Könnt ihr Es auch Privat Regeln Also Ihr müsst Nicht Ein Video Darüber Machen Und Den Gegenseitig Fertig Zumachen Sondern Ihr Könnt Es Auch Privat Regeln Und Ja Das ist Meine Meinung Über Apokalypto Red Ja Jetzt hat sich das glaube ich auch schon wieder ein bisschen gelegt oder Ja Also Apokalypto Red Hatte ja Ein letztes Video Übrigens gemacht Da wo ihr auch Wirklich Also Ich gebe Apokalypto Red Zu 100% Recht Also Was ich Ich habe ihr das Video Angeschaut Wo er Die Audiospuren So von AeroTrix Mit reingezogen hat Also Ja das habe ich mir auch angeguckt Also Das fand ich echt nicht in Ordnung Also Im Video Im Video Sagt Ja Sie waren nie bei mir Privat und so Und dann in der Audio Siehst du auf einmal Und hörst du auf einmal Ja sie war ab und zu mal bei mir Und dann dachte ich mir so What Warum lügt er seine Abonnenten an Warum Also das verstehe ich einfach nicht Aber Wir werden auch noch über Eletrix reden Also heute geht es nur um Apokalypto Red Also Ich würde sagen Die positiven Punkte Und die negativen Punkte Haben wir jetzt gesagt Meiner Meinung nach Und Ja Ob du noch was dazu sagen Hast Ja ich denke jeder von uns sollte nochmal ein Fazit über ihn abgeben Ich glaube ich fange da ja mit jetzt erstmal an Und zwar Mein Fazit über Apokalypto Red ist Auf jeden Fall wie du schon gesagt hast Es ist ja auf jeden Fall ein ehrlicher YouTuber ist Und ich finde dass er die Community auf jeden Fall nicht zerstört Oder so wie manche man Ich finde auf jeden Fall er passt voll in die Community Ich glaube ohne ihn Würden manche Leute einfach nur noch in der Ecke hocken bei COD Und einfach nicht das Rushen oder das Movement Er baut Er baut meiner Meinung nach Die Community weiter auf Genau Ja das war dein Fazit Mein Fazit ist Apokalypto Red ist ein sehr sehr ehrlicher Mensch Er ist sehr sehr korrekt Auch wenn ich ihn jetzt nicht in real life kenne Und so Aber ich muss sagen Dem seien die Videos kann man recht Dem seien die Videos kann man einfach anschauen Weil die sind unterhaltsam Die sind lustig Die Gameplays sind immer spannend Dem seien Movement Alles Es ist einfach ein Gesamtpaket Was Apokalypto Red anbetrifft Nur der Punkt halt Mit dem Video wegen Eletrix und so Finde ich halt nicht so korrekt Aber sonst Apokalypto Red finde ich sehr sehr sympathisch Und Ja das war mein Fazit über Apokalypto Red Ja Dann beende ich mein Part Auf jeden Fall schon mal Mit Abonnieren Favorisieren Und Masturbieren Auf jeden Fall Ich werde Nico Also beziehungsweise XBK Nuke Und in meiner Videobeschreibung Verlinken Und dann sage ich Einfach nur noch Ciao Ja das war es auch von mir Ich werde Bubbles Ganz oben Oder was heißt Ich werde Bubbles Auf jeden Fall in der Videobeschreibung Verlinken Er ist jetzt auf Immer In jedem Video verlinkt Egal ob ich jetzt mit ihm Die Serie mache oder nicht Dann sage ich nur noch Lass eine positive Wertung haben Wenn ihr mehr sehen wollt Von der Serie Wie wir über YouTuber reden Und ja Abonnieren nicht vergessen Favorisieren nicht vergessen Und dann sage ich nur noch Haut rein Tschö mit Einer vom XBK Gaming Clan Ein Member Und ja Er reißt hier einen Vier oder fünf Mann Feed Ja es waren Vier oder fünf Mann Feed Keine Ahnung Kommen wir zu Platz Nummer 1 Also dieser Clip Ist echt Biestig Hier reißt er ein